Okay, willkommen zurück mit Solid-Andy in die Galactic-Zone. Roboter jagen. Sagst du? Hey! Erwart, erwarte Anweisungen. Äh, okay. Mehr gibt es nicht. Zur Kenntnis genommen. Mitkommen! ilsen. Lesen. Da. Und. Nein, 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 nein. Und? Er kann so schnell leisen wie ich. Oh ja, Nuka-Cola-Aufnahme. Geil. Ja, Ron, tanz mit mir. Flabier. Juhu. Ja, ha, ha, geil. Nee, geh ich nicht. Au, ha, ha, ha. Mach ihn fertig. Jawohl. Da kommt noch mehr. Andy, aufpassen. Mmh, Cola. Mmh. Zeigen Sie Ihre Eintrittskarte in Korkis Café in Nuka Town, USA vor. Und Sie erhalten einen Nuka-Pommes zum Preis. Yay, haha. Andy. Bereit. Bereit für? Zugriff. Gefahr, Gefahr. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Schaden an oberen Extremitäten entdeckt. Ziel vernichtet. Perimeterwarnung, Annäherung, Zahnar. Ziel entdeckt. Ja, mach mal. Angriff. Cool. Au. Halt. Ehh. Cool. Au. Halt. Fah, ich kann so hier. Hansi, komm! Warte! Und nach etwas suchen, was mit dem Stück sprengen will. Okay. Nee. Okay. 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 Zeit! Ruhe! Also... Interstellar Theater Ähm... Treppe rauf! Oh, nein... Hey! Befehlsmodus bereit! Also komm! Na komm schon! Aktiviert die Waffen! Wird wohl noch neutralisiert! Kampfmodus aktiviert! Bleibt doch einfach im Kampfmodus drin! Oh, du brauchst das zu viel Strom! Ah, Hacken! Könnt ja denen noch! Ja! Halt! Hier gibt's ein Rezept! Nee! Nicht hier! Da! Coolo! Bingo! Luca Coolo! Okay, gehen wir mal mit dem Starkern starten! Äh, unser Rastplatz da hinten! Unser Altbekannter! Ja, was denn? Okay... Okay... Cool! Starkhalm... Nummer... Fünf! Ein Magazin! Ähm... Sprachherausforderung... Ah, okay... Okay... Nein! Ihr Schatz! Speichern! Ich weiss! Ich weiss! Ich weiss! Ach, komm! und die heil mich heil mich kannst du das nicht ich bin bereit du bist oben eine roboterwerkbank und das wärs ein lagerraum dankeschön da Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Okay, aber jetzt speichern. Ein Speicher bitte.